Musik Ja, das wäre scheiße. Musik Ich würde mir wahrscheinlich irgendwelche Wörter ausdenken, ein bisschen rappen, ein bisschen meine Eier baumeln lassen. Haley, I know you missed your mom, and I know you missed your dad, but I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had, I could see you said, even when you smile, even when you laugh, I could see it in your eyes, deep inside you wanna cry. So was würde ich machen. Mach mal Eminem anrufen vorher. Urzach, ist nicht laibernd, und ich esse es jetzt nicht. Musik Ja, das geht ja aber nicht, weil auf meinem Paar steht, dass ich deutsch bin. Von daher hoffe ich, dass die Briten für mich anrufen. Ich will jetzt noch nicht heiraten. Musik 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 Musik